so hallo mal wieder in diesem video geht es über das long ranger paket einmal um die figuren und das eigentliche spiel wollen wir den karton mal öffnen wieder die sammelkarten mit dem code gebrauchsanleitung die eigentlichen figuren von long ranger auch schön anzuschauen und die western spielwelt die ihr natürlich braucht also dann wollen wir jetzt mal in das spiel hinein schauen so hier spielen wir in long ranger ich habe mir schon ein zug gekauft und ein pferd hier seht ihr ihr könnt die gleise erweitern umbauen mission sind wieder gekennzeichnet durch blaue lichter indianer dorf alles vor allem wie ein richtiges cowboys spiel aber wir wollen natürlich das spiel richtig spielen alle missionen erfüllen gucken wir jetzt mal in welchen bahnhof er anhält hier ist mein pferd jetzt müsst ihr alles kaufen und natürlich missionen erfüllen also dann ich hoffe ich konnte euch zeigen was das long ranger paket ist dann holt holt es euch und spielt selber bis denn guckt hin und schaut zu bis denn 2 bis Heck be s прошл bis bis